Ich bin dir turmhoch überlegen, Batman. Würde mich sehr wundern, wenn du dieses Rätsel löst. In Arkham City ist man weder reich noch berühmt. Bruce Wayne war vorher sicher noch nie so gefragt. Selbst streitlustige Familien lockt ein gutes Essen an einen Tisch. Wird es ein Massaker geben? Nur ein dummes Pöppchen würde nicht versuchen, eins zu kaufen. Cowboy-Steel, Filz oder Melone? Hut ab für denjenigen, der einen davon aufsetzt. BITTE! NICHT SCHIESSEN! Es soll ja Leute geben, die schon frühmorgens ziemlich scharf aussehen. Er ist weg! Wir haben es geschafft! Studien haben ergeben, dass derjenige, der sich schlecht verhält, irre werden kann. Strange, oder? War schon, als du reinkamst? Ein Mene-Teckel an der Wand? Hast Schiss und Heulst? Wie peinlich! Bitte! Es ist nicht meine Schuld! Außer dir sehe ich keine! Aber ich durfte gar nicht hier sein! Ich arbeite für eine Beratungsfirma! Ich repariere Alarmanlagen! Man muss nicht verrückt sein, um hier einzukaufen, oder? Beantworten lässt sich diese Frage nur aus einer angewohnten Perspektive. Ob du das hinbekommst? An so einem Ort darf man nicht sein Sitzfleisch strapazieren! Man muss stets wachsam sein! Bisschenster Anwendung Tocchi und Untertitel aufgrund des ZDF-T6s Glauben! Wisschenster Anwendung Tocchi und der außen auf die Grenzen! Ab 15 Uhr! Keiner Anwendung Tocchi und der reine Anwendung Tocchi und der reine Anwendung Tocchi Bisschenstück Untertitelung des ZDF, 2020